Yo, ganz kurz bevor die Folge losgeht, nochmal eine kurze Frage an euch. Wann soll ich die Videos immer rausbringen? Montag, Mittwoch und Freitag oder Montag, Donnerstag und Sonntag? Schreibt's gerne in die Kommentare, was euch lieber wäre und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey und willkommen zurück zur nächsten Folge der Bochum Karriere und heute werden wir auch wieder nur spielen, spielen, spielen. Und ich habe ja in der letzten Folge schon angekündigt, gegen wen es gehen wird. Uns erwarten heute nur Nordduelle, sprich wir spielen erst gegen die zwei Hamburger Clubs und danach gegen Werder Bremen. Ihr seht schon, als nächstes spielen wir gegen St. Pauli und ja, dementsprechend würde ich sagen, vernehmen wir gar nicht allzu lange Zeit. Ich hoffe, diese Folge wird dich auch wieder unterhalten bzw. dir Spaß machen beim Gucken und ich werde mich natürlich riesig über einen Kommentar freuen. Und jetzt viel Spaß mit dem Spiel gegen St. Pauli. 10. Spieltag in der 2. Bundesliga und heute empfängt St. Pauli den VfL Bochum. St. Pauli ist mit 14 Punkten eigentlich relativ gut in die Saison gestartet und Bochum ist gut in die Saison gestartet mit 18 Punkten. Und dementsprechend, wenn St. Pauli heute gewinnt, wären sie ein Zähler dran an Bochum. Aber Ropsch möchte natürlich den Abstand nach unten vergrößern. Und nun schauen wir erstmal auf die Startaufstellung St. Paulis. Brodersen im Tor. Pagarada, Avivor, Zvigala und Weckhoff. Benatelli auf der 6. Salazar, Alremu auf der 8. Becker auf der 10. Und vor einem Sturm Burgstaller und Engwall. Und der Rechtsverteidiger hieß Wieckhoff. Okay. Und ja, gute Mannschaft auf jeden Fall, die uns dort erwartet. Und auf der anderen Seite Riemann im Tor. Danilo Lamproboulos, Belakocab, Gamboa in der Verteidigung. Chipsalos hier auf der Doppelsechs. Holtmann, Blum über die Außen, Jul auf der 10. Und Zoller im Sturm. Also, wenn man so will, eine Standardaufstellung. Sprich, die Top 11, die wir so ratingtechnisch aufstellen können. Und Ropsch erhofft sich natürlich nach den eher schwachen letzten Spielen. Gute Leistung heute, aber es geht gleich mal gut für St. Pauli. Lamproboulos, denn das war die erste Torchance fast. Gerade so ist noch unser Verteidiger dazwischen gekommen. Und dann versucht Blum den Seitenwechsel. Und der müsste linken komplett. Und jetzt Engwall setzt sich gut durch gegen Chipsal. Und das ist Aremu. Aremu. Und jetzt schaut euch dieses Tor an. Was ein Traumtor von Aremu. Chippt den Ball unter Bedrängnis von der Strafunggrenze über den Keeper hinweg. Das musst du erstmal so schaffen. Und vor allem musst du dafür erstmal die Eier haben, den dort zu lupfen. Ey, unter Bedrängnis setzt sich da gut gegen Amproboulos durch. Der da natürlich auch nicht gut aussieht. Aber ja, für Riemann letztendlich keine Chance. Also den kannst du nicht besser lupfen. Auf jeden Fall Anwärter für Tor des Monats, wenn man so will. Da könnt ihr gerne mal auch in die Kommentare schreiben, ob ihr darauf Bock hättet. Habe ich euch glaube ich schon mal gefragt. Weiß ich bloß noch nicht genau, wie man das dann umsetzen sollte. Jetzt die nächste Torchance für Ropsch und seine Mannschaft. Ropsch natürlich bedient nach dem Gegentreffer. Holtmann versucht es mal, aber das war kein Problem für Brodersen. Danach nochmal Blumen, der den Ball heiß machen möchte. Wird aber abgeblockt. Danach kommt Gamboa nochmal an den Ball. Die Flanke ist gar nicht schlecht. Joule legt ab auf Chipsa. Und dann ist da Holtmann. Und auf einmal gibt es den Pfiff. Ja. Keiner weiß zurecht warum. Habe war zwar mit der Hand an dem Ball, aber das ist niemals ein Elfmeter. Denn, also näher an den Körper kann er den nicht ran machen. Dementsprechend trotzdem Elfmeter wieder fragwürdig. Aber letztendlich gewinnt die Gerechtigkeit. Und Brodersen hält gegen Zoller. Schwachgeschossener Elfmeter, wie wir jetzt hier nochmal sehen. Halb hoch. Fast zentral. Also für einen Keeper natürlich dankbar. Aber trotzdem sah das natürlich spektakulär aus, wie Brodersen den dann hält. Aber Bochum ist so langsam. Dann drin in der Partie wieder die versuchte Flanke. Und dann schwach geklärt. Aber der Abschluss ist noch schlechter. Und dann Joule mal mit einer guten Idee. Geistesblitz auf Zoller. Zoller legt sich den Ball zu weit raus. Und dann aus dem Zuspitzenwinkel ist es dann kein Problem für Brodersen. Dann nochmal kurz vor der Halbzeitpause. Zoller mit dem Fallrücks hier. Aber letztendlich nur an die Stange hinter dem Tor. Keine Ahnung, wie man die nennt. Hintertor-Stange. Und dann sind wir auch schon in der zweiten Halbzeit. Und Awe Wohr macht schon sein zweites Handspiel heute. Und dementsprechend gibt es einen Freistoß in einer gar nicht mal so schlechten Position. Und das ist Blum. Gar nicht mal so schlecht gedrehten. Aber halt genau auf den Keeper mit dem Flatterball. Und danach ist Bochum so langsam da. Zoller bekommt hier den Ball und normalerweise ist das ein sicheres Tor. Aber heute, was ein schwacher Abschluss. Und dann Pakarada schickt Bela Koczab in die Wüste. Dann schöne Flanke in die Mitte. Burgstaller. Wunderbar gemacht, wie wir jetzt im Replay nochmal sehen werden. Pflückt den Ball da runter und aus der Luft mit dem Volley. Das wäre ebenfalls ein schöner Treffer gewesen. Für Riemann wäre der schwer zu halten gewesen. War aber auch in der Ecke. Und dann mal auf der anderen Seite der eingewechselte Eisfeld. Auch kein schlechter Abschluss. Der war auf jeden Fall nochmal ein belebendes Element. Aber wie wir sehen schon, wir sind in der 73. Spielminute. So lange war dementsprechend nicht mehr. Und Broderson ist heute einmal mehr wieder auf dem Posten. Dann Maecke. Und daraus entwickelt sich eine Konterchance. Keiri. Keiri. Und Boom. Einmal umgefetzt von Gamboa. Der dachte sich so, nee, ich habe keine Lust ihm hinterher zu rennen. Ich fetz ihn gleich mal weg und kriege dafür nur Gelb. Da kann er richtig froh sein, warum sich da die Bochumer noch aufregen in Person von Juul. Ist mir fragwürdig, wenn wir uns das Replay nochmal angucken. Als letzter Mann. Fetzte ihn da von hinten weg. Aber sieht glücklicherweise für uns nur Gelb. Und Keiri konnte danach weitermachen. Dann Burgstaller auf Engwall. Der versucht es mal, aber Schuss noch zum Glück abgeblockt. Aber das war danach eine Kombination, die ganz gut funktioniert hat. Engwall auf Becker, der eine überragende Partie macht. Und Burgstaller ist da. Und ein Mann seiner Klasse lässt sich so einen Ball nicht nehmen. Haut das Ding ohne Zweifel rein. Nichts zu machen für Riemann in der Situation. Natürlich ein bisschen glücklich da für Becker. Aber Finn Ole Becker hat auf jeden Fall eine gute Partie gemacht hier. Was heißt eine gute Partie? Der war meiner Meinung nach der beste Mann auf dem Platz. Und Burgstaller macht dann auch noch seinen dritten Saisontreffer in dieser Saison. Dritten Saisontreffer in dieser Saison, genau. Ja, ihr seht das nochmal. Der Guido mit seinem Tor. Und danach war auch schon Schluss. Enttäuschende Leistung von Bochum, muss ich so sagen. Nach zuletzt schwachen Leistungen zeigen wir erneut ein schlechtes Spiel. Und halt gegen gute Gegner verlierst du dann halt auch mal, wenn du vorne keine Tore machst und hinten welche kassierst. St. Pauli kann sich freuen. Springt ran an Bochum. Nur noch ein Punkt Differenz. Arimu und Burgstaller letztendlich die Torschützen. Und für uns natürlich ein herber Rückschlag. Und wir schauen jetzt auch gleich mal auf die Entwicklung der Tabellensituation an. Nämlich da hat sich gar nicht so viel geändert, außer dass sich da oben noch mehr zusammengequetscht hat. Da liegen mittlerweile nur noch wenige Punkte zwischen dem 10. und dem 1. Also da ist alles offen noch in dieser Zweitliga-Saison. Und unten ist auch noch ziemlich offen. Das ging jetzt ein bisschen schnell. Ich wollte noch sagen, wir haben jetzt nicht wirklich Verluste nach oben gemacht, weil die ebenfalls nicht gewonnen haben. Aber nach unten ist natürlich jetzt also eine Niederlage noch und wir sind gefühlt ein 9er oder so. Und ich weiß nicht, die Leistung vor allem war enttäuschend. Mal wieder, wie in den letzten Spielen. Und dann müssen wir glaube ich irgendwie mal was ändern. Und ja, da könnte man über eine Systemänderung mal überlegen. Weiß ich nicht genau, wie wir das machen wollen. Ob Fünferkette, Dreierkette oder andere Spieler mal spielen lassen. Aber da wüsste ich auch nicht genau, wie. Also aktuell bin ich ein bisschen überfragt, aber defensiv ist es schwach. Weil wir in jedem Spiel gefühlten Gegentreffer kriegen, seitdem ich ultimativ spiele, was natürlich auch cool ist. Und offensiv schießen wir keine Tore mehr, was davor noch unser Trumpf war, die ersten paar Spiele. Ja, jetzt sehen wir etwas, was ich in der letzten Folge schon angesprochen habe. Und natürlich verlängern wir erstmal mit unserem Juwel Hartwig, sage ich jetzt mal. Mit dem hätte ich sowieso verlängert, selbst hättet ihr geschrieben, macht's nicht. Aber ich bin davon ausgegangen, dass ihr es schreibt und das habt ihr auch geschrieben. Dann wollte er natürlich auch noch mit dem jungen Boboy verlängern und das hätte ich ebenfalls gemacht. Da wollte ich noch gucken, ob er sich entwickelt, weil hätte er sich jetzt gar nicht entwickelt, dann hätte ich ihn nicht verlängert. Aber der ist schon um eins hochgegangen in dieser Saison, deswegen geht das klar. Und dann habe ich noch geguckt, wer in Real Life in Frage gekommen würde für eine Verlängerung. Und da ist es aktuell sehr heiß um den Kandidaten Bloom. Deswegen habe ich den auch verlängert, da habe ich vergessen aufzunehmen. Und jetzt gehen wir rein ins Spiel gegen den HSV. Vor der Partie steht vor allem ein Mangel in Fokus und das ist Robert Tesche. Dieser wechselte vor der Saison vom VfL Bochum zum HSV. Und genau das ist die Partie heute. Der Hamburger SV ist zu Gast beim VfL Bochum. Tesche wechselt somit vom Verein, bei dem er zuletzt drei Jahre verbracht hatte. Zurück zu den Hanseaten, wo er schon fünf Jahre seiner Karriere verbrachte und auch das erste Mal Bundesliga schnuppern durfte. Er ist hier ein vertrautes Gesicht, aber Ropsch legte kein Veto ein. Bei dem Transfer war damit einverstanden, dass Tesche zum HSV wechselt. Er kam nicht so richtig zurecht mit Tesche und seinen Spielanlagen. Und dementsprechend war es für ihn okay, wenn Tesche wechselt. Diese Partie hat aber vor allem für Ropsch eine Riesenbedeutung, aber auch für den HSV. Denn beide Vereine wollen natürlich aufsteigen und diese Partie ist maßgebend. Sprich, wer dieses Spiel gewinnt, kann den Grundstein legen für einen erfolgreichen Weg zurück in die Bundesliga. Schauen wir auf die Ausstellung von Bochum. Riemann im Tor, Danilo Leitsch, Bela Kocab und Gamboa in der Verteidigung. Pickel-Losia auf der Doppel-Sechs. Blum, Zoller über die Außen, Eisfeld auf der Zehn und Jul heute im Sturm. Ropsch hat sich da anscheinend was ausgedacht, setzt heute auf Eisfeld statt Jean-Voula. Auf der anderen Seite Ulreich im Tor. Leibold, Van Drongelen, Leisner, Djamra, Misic, Tesche, Duziak im Mittelfeld. Und vorne Kittel, Tirotte und Bakary Jatta. Sprich, eine richtig gute Mannschaft, die hier heute auf den Platz geschickt wurde. Mit viel Bundesliga- und Zweitliga-Erfahrung. Und die erste Torchance haben gleich mal die Hanseaten über Kittel, der den Ball von Duziak dort bekommt. Und schönes Tänzchen gegen Gamboa, aber der Abschluss wird abgewehrt. Und es gibt sogar nur den Abstoß. Dann mal auf der anderen Seite Zoller auf Eisfeld, der von Anfang an heute mal durfte. Aber dieser Abschluss war eher schwach getreten. Dann guter Ballgewinn von Bela Kocab. Der macht es auch richtig stark wieder in dieser Partie. Schöner Chip-Ball auf Zoller, der ist frei durch, aber abseits. Und da schauen wir jetzt nochmal genau drauf. Denn meiner Meinung nach ist das eine Fehlentscheidung. Wenn wir uns jetzt die kalibrierte Linie angucken, ist es gleiche Höhe, wenn nicht sogar Zoller noch vor dem Verteidiger. Sprich, Fehlentscheidung an dieser Stelle. Aber diese wurde natürlich nicht vom VEA überprüft, da ja dann raus noch nichts entstanden ist, der der Schiedsrichter zu früh abgefiffen hat. Und auf der anderen Seite sehen wir das 1-0 durch natürlich Simon Terodde. Mr. Zweite Liga trifft erneut und auch noch gegen seinen Ex-Klub hat er mal für den VfL Bochum gestürmt. Und wie er das macht, ist natürlich überragend. In der Entstehung ein bisschen glücklich, wie der Ball zu ihm springt. Aber der Volley mit seinem schwachen linken Fuß überragend ins Eck getreten. Mittlerweile sein fünfter Saisontreffer. Sprich, er trifft auch in dieser Saison wieder. Ropsch ärgert es natürlich. Dann wieder Angriff für den HSV. Wunderbarer Ball von Tesche auf Kittel. Kittel sehr beliebend in dieser Partie jetzt über die Außen. Gamboa kommt nicht so richtig zurecht mit ihm. Kann ihn zwar noch leicht abdrängen, aber da kommt Leibold, den er da gut in Szene setzt. Leibold gegen Gamboa und er wieder zurück auf Kittel. Und Kittel hat viel Freiraum und die Flanke ist gut. Und da ist das 2-0. Riemann hält noch überragend gegen den ersten Abschluss. Aber den Nachschuss von Jatta kann er da natürlich nicht mehr halten. Jatta trifft dann den Abstauber. Er war dann nicht mehr allzu schwer. Jedoch muss er ja natürlich auch erstmal dort stehen. Der schnelle rechte Außenspieler vom HSV ist erfolgreich. Davor noch Tyrodde mit dem Versuch. Ne, Entschuldigung, es war gar nicht Tyrodde. Es war, glaube ich, Misic. Und dann macht er ihn natürlich rein. Ist sein mittlerweile, glaube ich, zweiter oder dritter Saisontreffer. Weiß ich gerade gar nicht genau. Ropsch ärgert es natürlich richtig. Denn seine Defensive sieht heute gar nicht gut aus. Das ist nochmal ein Schussversuch von Eisfeld. Dann kommt der Ball nochmal zurück zu Eisfeld. Aber mit Ulreich hat der HSV natürlich dort einen überragenden Keeper für die 2. Liga. Hat letztes Jahr noch Champions League gespielt. Hat vorletztes Jahr noch überragend gegen Real Madrid gehalten. Und jetzt spielt er in der 2. Liga beim HSV und hält überragend gegen Bochum. Und somit war erstmal Schluss in einer guten ersten Halbzeit vom HSV. Und schauen wir jetzt in die nächste Torchance. Wieder ist es Bela Koczab mit dem Ballgewinn. Wenn, dann entstanden nur Torchancen durch Ballgewinne von Bela Koczab. Wunderbarer Ball von Jul auf den eingewechselten Holtmann. Blum war blass geblieben in der Partie. Und Holtmann versucht es machen. Dann nochmal der Nachschuss. Aber abgeblockt. Dann mal Pickel mit einem überragenden Lauf. Und steckt durch auf Jambula. Jambula frei durch. Und den muss er machen. Und was ist das bitteschön für ein Abschluss. Richtig, richtig schwacher Abschluss. Aber er bekommt gleich wieder die Chance. Wieder Jambula eingewechselt. Und schon ist er gefährlich wieder. Aber der Abschluss, bei dem hapert es immer mal wieder in dieser Saison. Jetzt ist es wieder Jambula, der da geschickt wird. Und dieses Mal lässt er es sich nicht nehmen. Und macht den Anschlusstreffer zum 2 zu 1. Nach seiner Einwechslung. Der mit Abstand beste Mann von Bochum auf dem Platz. Man könnte jetzt diskutieren, dass er vielleicht hätte doch von Anfang an spielen müssen. Oder dass Ropsch ihn zumindest früher hätte einwechseln sollen. Sodass dann hier noch mehr möglich gewesen wäre. So steht es jetzt aber erstmal. Kurz vor Schluss 2 zu 1. Jambula macht seinen mittlerweile fünften Saisontreffer. Sprich, er zieht mit Zoller gleich. Der zuletzt nicht mehr wirklich getroffen hatte. Und haucht Ropsch, der schwache Offensive, nochmal ein bisschen Leben ein. Aber danach war halt Schluss. Nochmal der HSV dort über Wagnumann. Aber der will gar nicht mehr flanken. Der will einfach nur noch die Zeit zu Ende bringen. Und danach ist das Spiel auch um. Der Hamburger SV gewinnt mit 2 zu 1 gegen den VfL Bochum. Und macht damit einen Riesensatz, was das Ausstiegsrennen angeht. Und für Bochum ist es ein weiterer Rückschlag. Schon die zweite Niederlage in Folge. Und erneut wieder eine schwache Leistung. Ja. Spätestens jetzt können wir wirklich von der Krise sprechen. Jetzt die Tabellensituation sieht natürlich jetzt noch schlimmer aus, als sie eigentlich ist. Weil wir noch weiter abgefallen sind. Weil schon ein paar Spiele gespielt wurden, die ich halt nicht aufnehmen konnte. Leider aufgrund eines technischen Fehlers, den ich nachher zeigen werde. Aber wir sehen Düsseldorf aktuell auf Platz 1 mit Kreuter Fürth zusammen. Hamburg nur auf Platz 3. Haben ebenfalls nicht gewonnen. Nürnberg noch gut dabei. Wir auf Platz 9 abgerutscht. Aber wie gesagt, wir haben noch ein Spiel weniger als fast alle anderen. Sprich, wir können auch wieder hochrutschen. Aber das hängt vom nächsten Spiel ab. Dementsprechend wird die nächste Episode wichtig. Richtig wichtig sogar. Denn, ja, in dieser Folge spielen wir kein Ligaspiel mehr. Denn das dritte Spiel ist natürlich im Pokal. Anders könnten wir natürlich nicht gegen Bremen spielen. Und, ja, das kann ich jetzt schon mal sagen. Da ist mir, was heißt mir, also mein Aufnahmeprogramm hat da irgendwie ein bisschen gesponnen. Wir werden nachher auch sehen, was da sozusagen los war. Oder halt nicht los war. Und dementsprechend waren auch alle Aufnahmen, die ich danach gemacht habe, konnte ich nicht verwenden. Aber ich dachte mir, das, was ich noch verwenden kann, zeige ich euch trotzdem noch. Das war eigentlich das Spiel, was ich vorhatte, so richtig gut zu kommentieren. Aber das ist es jetzt nicht wert, weil nicht mal mehr das halbe Spiel kann ich euch zeigen. Aber ich werde natürlich jetzt nicht vorwegnehmen, wie es ausgeht am Ende. Wir spielen gegen Werder Bremen im DFB-Pokal. Wir schauen auf die Aufstellung Pavlenka, Toprak, Lopez, Groß, Waldo, Möwald, Schmid, Barag, äh, Biragi, Entschuldigung, Dinchy, Raschica und Füllkrug. Sprich, eigentlich Top-11 und zudem vertraut Kohfeldt dort auf den jungen Dinchy, 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 meine Güte, Dinchy im Sturm. Raschica natürlich überragender Mann, auf dem die Bochumer Defensive achten muss. Und auf der anderen Seite Dreves, der Pokalkeeper, wieder im Tor, Gamboa, Belakotschab, Lamproboulos, Danilo, Pickel und Chipsa auf der Doppel-6, Bockhorn. Heute anstelle von Zoller, Holtmann, Jul und Jamvula. Zoller ist dann schon eine kleine Überraschung, dass er heute nicht spielen durfte, aber Ropsch hat sich da natürlich sein Teil gedacht, als er die Formation aufgestellt hat. Und dementsprechend können wir jetzt reingucken, wie das Ganze so ausging. Erste Eckballchance, gleich mal Belakotschab. Und er war eigentlich ziemlich gut. Danach hatten wir noch eine Eckballchance, da ist leider nichts mehr rausgesprungen. Dann war auf der anderen Seite eine Torchance, Füllkrug, der da den Ball gut in die Mitte legt, aber Schmid, äh Schmid, Entschuldigung, kann den Ball da nicht gut schießen. Und dann mal Ecke, äh Ecke, Freischuss war das, für Bremen. Und das entwickelt jetzt eine gute Konterchance für uns. Und genau das war eigentlich unser Spielprinzip in dieser Partie. Bockhorn da frei durch jetzt, Bockhorn, Bockhorn, immer noch Bockhorn, Abschluss nicht so stark. Aber wir haben da noch einen Holtmann, der den Ball nochmal scharf macht. Und Jamwula macht seinen nächsten Pokaltreffer. Unser Mister Pokal, schon mit seinem zweiten Pokaltreffer in dieser Saison. Sogar gegen einen Bundesligisten trifft er. Wunderschöne Kontersituation dort. Und das war natürlich auch unser Spielprinzip, sage ich jetzt mal in dieser Folge. Ne. Aber was ich nochmal sagen wollte vorhin, das hat mich, also das nervt mich echt, dass das nicht aufgenommen hat. Weil das wirklich ein so schönes Spiel war. Wir haben so gut gespielt. Nachdem wir jetzt die letzten Spiele schlecht gespielt haben, haben wir endlich mal richtig gut gespielt. Und dann nimmt es das nicht richtig auf. Das ist echt ärgerlich. Weil, ja, wir schauen nochmal auf die nächste Torchance. Jetzt Juul, der sich da gut ent... Ja, wurstelt. Weiß nicht. Gut um den Gegner rumwindet. Und dann der Abschluss, leider genau auf Pavlenka, aber harter Abschluss. Und daraus entwickelt sich eine Eckballsituation, auf die jetzt Ropsch gucken kann. Und jetzt seht einfach zu und staunt über mein Aufnahmeprogramm. Weil, ja, das sah dann genau so aus. Und das restliche Spiel sah so aus. Also der Ton wurde nochmal aufgenommen, aber das Spiel sah so aus. Und die Aufnahmen danach sahen auch so aus. Ich weiß nicht warum. Ich habe nochmal aufgenommen, wie sonst auch. Und ja, keine Ahnung. Ja, dann schauen wir jetzt halt anders auf den Spielausgang. Ich werde euch immer noch nicht spoilern. Ja, wir sehen das nämlich jetzt gleich. Aber erstmal gucken wir auf die anderen Partien. Hertha gewinnt 1-0 gegen Sandhausen. Kaiserslautern verliert leider 3-0 gegen Schalke. Das andere Team, mit dem wir auch aktuell eine Karriere am Start haben im Footballmanager, könnt ihr gerne mal auschecken. Und dann haben wir noch gesehen, 1860 ist weitergekommen. Im Elfmeterschießen gegen Augsburg, dann Wolfsburg gewinnt. Mainz gewinnt gegen Bayern 2. Wow, Bielefeld gewinnt gegen Regensburg. Nürnberg, knapp rausgeflogen. Frankfurt verliert gegen RB Leipzig. Und wir gewinnen am Ende sogar 2-0 Doppelpack von Janvula. Aber leider haben wir dann das zweite Tor nicht raus. Es war ein schöner Kopfvertreffer. Hoffenheim ist weiter. Fürth ist weiter gegen Osnabrück. Gut, gegen Osnabrück. Aber trotzdem, Fürth ist weiter. Bayern natürlich souverän weiter. Dortmund knapp gegen den HSV nur. Mönchengladbach souverän gegen Freiburg. Und St. Pauli haut den nächsten Bundesligisten raus. Also der nächste Zweitligist, der den Bundesligisten raushaut. Und zwar Köln. Und dann schauen wir noch, gegen wen es in der nächsten Runde geht. Ja, es geht gegen Dortmund. Es gibt, glaube ich, schönere Gegner, die man bekommen kann im Pokal. Weil ich will natürlich auch weit kommen. Also weiter kommen. Aber vor allem weit weiter kommen. Warum, weiß ich nicht. Habe ich ja Bock drauf auf den Pokal. Aber naja. Sieht halt jetzt aktuell so aus. Wir sind sogar auf Platz 9 aktuell. Wie gesagt, gegen Sandhausen jetzt enorm wichtige Partie in der nächsten Folge. Und dann wollte ich noch fragen, wie wir das in der nächsten Folge machen. Denn ich möchte den ganzen Monat durchkriegen. Wir spielen aber immer nur drei Spiele die Folge. Deswegen müssen wir eins simulieren. Welches der vier Spiele könnt ihr entscheiden? Kann auch sein, dass wir jetzt sagen, okay, das gegen Sandhausen simulieren wir. Aber das ist halt ein verdammt wichtiges Spiel. Wenn wir das verlieren, sieht es eng aus unten. Dementsprechend, ja. Kommentiert gerne, was das angeht. Und jetzt Transfervorschläge sind auch immer willkommen. Und ansonsten hoffe ich, dass die Folge euch trotzdem gefallen hat. Auch wenn es diesen Aufnahmefehler gab. Und ja. In diesem Sinne. Hoffe ich sehen wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin. Ciao, ciao.